Der 96 Online Adventskalender Heute mit Wir Markus Benni Und Lea Welcher Begriff wird hier erklärt? Da kann man Fußball lernen. Ich habe das auch früher gemacht, zweieinhalb Jahre lang. Man lernt Sachen, die man vorher noch nicht konnte. Und dann macht man die, wenn man dann Fußball spielt. Das ist eine tolle Sache für die Kids von heute. Man muss das machen, was der Lehrer sagt. Daran nehmen jährlich 5000 Kinder teil. Viele Ex-Profis sind da Trainer. Man trainiert, um da besser zu werden im Fußball. Und dann kann man höher hochsteigen. Und dann wird man besser und besser. Und dann wird man vielmehr besser. Und dann kann man irgendwann auch bei den guten Leuten mitspielen. Wie zum Beispiel 96. Das war gut. Ich war auch schon mal dabei. Die Camps finden an unterschiedlichen Orten in der Region Hannover statt. Und es organisiert ein ganz großer Verein aus der Region. Und Vollrückzieher, Lupfer, Übersteiger, ganz viele Sachen. Was könnte das sein? Wenn ihr den gesuchten Begriff erraten habt, macht heute beim Gewinnspiel mit. Es gibt einen tollen, außergewöhnlichen Preis zu gewinnen. Und ein Thema liegt uns noch besonders am Herzen. Wir Hannover 96 unterstützen in der gesamten Adventszeit die Aktion Kindertrauen. Bitte hilf uns dabei. Ich will nicht nur eine App. Ich will meine App. Die genau weiß, was ich gerade brauche. Und mit der ich in jeder Situation Hilfe finde. Gelbe Seiten. Gelbe Seiten. Näher dran an meinem Leben. Ein Service Ihrer Gelbe Seiten Verlage.